Wanderer, hört meine Worte und seid gewarnt. Ich bin der Geist der Eule und ich brauche eure Hilfe, denn die Kräfte verschieben sich. Bald schon ist es an der Zeit, dass ein neuer Held das Schicksal Tyrias formt. Doch noch liegt der Weg in den Nebeln, aber haltet euch bereit, denn großes Unheil wirft seinen Schatten auf uns. Halte dich bereit für meinen Ruf und lasse meinen Toten nicht umsonst gewesen sein. Unrecht wird geschehen und du musst Vergeltung bringen, bevor es zu spät ist. Hilf mir Wanderer, rette Tyria. Untertitelung des ZDF für funk, 2017